Die dümmsten Google-Bewertungen, die eigentlich ein Gefängnis bewerten sollten. Sehr sauber, sehr nette Leute da, aber der Ausgang ist schlecht ausgeschildert. Suche den jetzt schon seit vier Jahren, deswegen nur drei von fünf Sternen. Der hat das Prinzip, glaube ich, verstanden. Einige Leute nehmen das Spiel einfach zu ernst, wenn man über eine Mauer klettern will. Dann wird man direkt angeschossen und man sollte am besten nicht die Seife fallen lassen. Danke für den Tipp. Unglaubliches Ergebnis! So einen realistischen und detailverliebten Escape Room habe ich noch nie besucht. Ist nur zu empfehlen. Fünf von fünf. Ja, wenn das so ist, dann komme ich da auch direkt hin.